Grüß dich! In dieser Videoserie möchte ich dir die Schulmathematik der ersten vier Jahre nochmal ein bisschen näher bringen. Ich habe zwar schon Videos dazu gemacht, aber ich möchte es nochmal zusammenfassen, Ergänzungen dazu bringen und Dinge dazu erzählen, die du vielleicht nicht kennst. Bevor wir an das ganze hinein starten, war Basics dazu. Das Wichtigste, was ich kennengelernt habe, wenn man mit Kindern Mathematik macht, ist, magst du Mathematik? Also es sind so viele Eltern, die richtig Panik haben vor Mathematik, weil sie selber in der Schule traumatische Erlebnisse hatten und jetzt an dem Kind erzählen wollen, ach, Mathe ist ganz toll und du sollst so viel Spaß daran haben und ich sehe, wie manche Mamis mit dem Mathebuch dem Kind entgegen zittern und dann sagen, ja, du mach das bitte. Also das Erste ist die eigene Einstellung zur Mathematik. Wenn die sich bei dir nicht bessert oder auch durch all die Videos nicht bessert, dann empfehle ich dir, dass dein Kind mit jemand anderen Mathematik lernen sollte als mit dir. Im Idealfall baust du selber zuerst dein Trauma auf oder arbeitest es auf und gehst dann erst an die kindliche Mathematiker an. Mir ist vollkommen klar, dass es auch noch Probleme gibt, die ich jetzt nicht in ein paar kurzen Videos behandeln kann. Manche sind Frühgeburten, bei manchen ist ein Unfall passiert, manche haben autistische Züge. Da kommt der Wind, Flipchart stillgestanden. Es gibt so viele Themen da draußen, manche haben ein unangenehmes Erlebnis in der Schule gehabt und haben deswegen Angst vor Mathematik und ich kann nicht all diese Dinge beleuchten. Und mir ist auch klar, dass das eine Kind das mehr spielerisch und lustig braucht und das andere Kind mehr logisch und strukturiert. Ich kenne dein Kind nicht. Ich möchte dir in den Videos einfach nur Möglichkeiten aufzeigen und Erfahrungen mitgeben, die ich mit der Arbeit mit Kindern hatte und du darfst dir dann aus all diesen Themen etwas selber zusammenbasteln, wie du glaubst, dass es am besten funktioniert. Gut, also wichtig, also wie gesagt, selber Spaß daran haben und das zweitwichtigste meiner Meinung nach, die Angst muss komplett ferngehalten werden. Das ist allgemein bei Lernthemen so, Angst muss weggehalten werden. Die muss wirklich komplett raus sein, weil wenn Angst kommt, funktioniert Lernen nicht mehr. Und ich empfehle dir, Mathematik wirklich als etwas Lustiges anzusehen, als etwas Spielerisches anzusehen, so wie ein Kind eben auf etwas Neues zugeht. Spielerisch, lustig, hey, schauen wir mal, was passiert. Und komplett angst- und bewertungsfrei. Und das wäre wichtig, wenn wir das erhalten können in dem Kind, dann wird Mathematik nie ein Problem sein. Und die Mathematik der nächsten Jahre, also Unterstufe, Oberstufe, wenn es dort Probleme gibt, ich habe es in den Nachhilfestunden oft gemerkt, es ist fast immer, wenn in der Basis der Mathematik in den ersten Jahren schon die ersten Ängste und Probleme aufgetaucht sind. Und deswegen lege ich da jetzt so einen Fokus darauf, dass wirklich die Basis der Mathematik gut funktioniert, dass wir dann in die höhere Mathematik leichter einsteigen können. Gut, also was wäre wichtig? Wir fangen es an, ich nehme mal an mit dem Zählen. Es gibt verschiedene Methoden, wie du deinem Kind beibringen kannst. Die ersten Zahlen von 0 bis 9 oder von 1 bis 10, je nachdem, wie du möchtest. Und ich empfehle dir, nutz die Finger, vor allem für den Anfang. Es geht ja darum, dass wir möglichst viel Verknüpfungen haben, emotionale Anknüpfungspunkte haben und Bildhaftes haben. Das erkläre ich ja auch in den Vorträgen immer wieder. Und all das haben wir. Es ist verknüpft mit unserem Körper, es ist mit Emotionen verbunden, weil der Finger hat schon mal wehgetan, da habe ich schon mal reingebissen, der hat schon mal geblutet, da habe ich irgendwo in eine Dorne hineingegriffen. Das sind alles Emotionen, die man nutzen kann. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, 1 bis 10 mit den Fingern, das ist das, wie es die meisten Eltern machen, empfehle ich dir, klebe irgendetwas darüber, schreib die Zahlen noch drauf oder such dir einen Stift, den man gut abwaschen kann und schreib die Zahlen nochmal wirklich auf die Finger drauf. Das macht nochmal was ganz anderes mit dem Gehirn des Kindes, also das hilft. Dann empfehle ich dir, dass du die Zahlen mit etwas Realem verknüpfst. Irgendetwas, was das Kind verstehen kann. Also im Sinne von, schau mal, 1 und wir haben einen Kopf. 5, wir haben auch 5 Finger. Das sind Hilfsmittel, die einfach zu den Zahlen etwas verbinden lassen, wobei das bei den ersten 10 Zahlen eh noch ganz gut geht, weil die leicht vorstellbar sind. Problematisch wird es dann, wenn ich zur Zahl, keine Ahnung, 82 komme, weil da gibt es keine Vorstellung dazu. Aber da kommen wir in den nächsten Videos dann drauf. Also, ich empfehle dir, starte mit Zahlen zu Bildern. Das hilft dann auch beim Zahlenmerken. Auch dazu mehr in den nächsten Videos dieser Reihe. 0 ist bei mir das Ei. Und das kannst du auch dem Kind im Idealfall aufzeichnen oder du druckst dir die Liste dazu aus, findest du in den kostenlosen Kursen alles. Und 0 das Ei. Und dann kann man auch sagen, okay, das sieht ja auch so ähnlich aus. 1 ist dann der Baum. Er hat einen großen Stamm. Und am besten zeigst du auch auf einem Baum. Oder sagst dem Kind, okay, es soll sich das vorstellen. 2 ist dann der Lichtschalter. Warum? Der kann nur zwei Dinge. Der kann nur ein aus, ein aus, ein aus. Der kann zwei Dinge. 3 kann zum Beispiel die Ampel sein. Und jedes Kind kennt eine Ampel. Und dann siehst du, okay, du hast drei Lichter, drei Phasen. Wenn das bei deinem Kind mit der Ampel nicht gut funktioniert, dann nimmst du die drei Musketiere, die drei kleinen Schweinchen oder wie auch immer irgendetwas, was dein Kind mit der Zahl 3 verknüpft. Wenn deine Gabel zu Hause, also deine Besteck, deine Essgabel, drei Zinken hat, dann kannst du auch gerne die Gabel dazu nehmen. Hauptsache, dein Kind kann etwas mit dieser Zahl anfangen. 4 kann das Auto sein, weil das hat 4 Räder. 5, so wie ich vorher gesagt habe, ist dann die Hand, hat ja 5 Finger. 6 ist der Würfel, der hat 6 Seiten und 6 Zahlen drauf. Und auch da empfehle ich dir, gib dem Kind einen Würfel, lass das erkunden. Ah ja, wirklich, 6 Seiten, aha, Zahlen von 1 bis 6. 7, 7 Zwerge, ich glaube, das kennt jeder aus irgendeiner Geschichte schon heraus. 8 kannst du entweder die Achterbahn nehmen, du kannst einen Schneemann nehmen, das sind so zwei Kugeln, die aussehen wie eine 8. Du kannst eine Sanduhr nehmen, die sieht auch aus wie eine 8. Zur Sanduhr kommen wir dann gleich nochmal. Und die 9 nehme ich gerne die Katze, die hat 9 Leben, wie man so schön sagt, zumindest im amerikanischen Raum auch. Und wenn man den Schwanz von der so eindreht, dann sieht das aus wie eine 9. Die Liste kann ich dir empfehlen, mit den Kindern öfter durchzugehen, damit auch ein Zahlen-zu-Bild-Verständnis kommt, weil mit Menschen, die oder jungen Kindern, die sehr kreativ sind, die tun sich dann leichter. Die Logiker haben mit den Zahlen weniger Probleme, aber die, die eben sehr kreativ sind, die haben dann, aha, hier ist eine Zahl, hier habe ich noch ein Bild dazu und dann speichert das das leichter. Das gleiche empfehle ich dir, wenn das bis 10 geht, dass du das relativ schnell bis 20 weitermachst. Bei 20 dann die 10 dazunehmen und es ist lustig, wenn man dann auf den 10 irgendwelche Zahlen dann nach oben stehen hat. Und damit habe ich diesen 10er Überschritt dann auch gleich mit den Körperteilen gemacht und ich habe bis 20 die Zahlen. Auch hier schaue einfach in die kostenlosen Kurse unter Zahlen und Zahlenmerken und 100er Liste wirst du ganz schnell lernen, wie man die Zahlen dann weiter fortführt. Also geht dann ganz schwierig weiter, weil 10 können zum Beispiel die 10 sein, das reimt sich. Oder du sagst, das ist die Bibel, weil du eben sehr gläubig bist und sagst, das sind die 10 Gebote. Nimm wieder etwas, was für dich für die Zahl 10 passt. 11 ist dann Fußball, weil es gibt einen Elfmeter, es gibt elf Spieler. 12 kann zum Beispiel die Uhr sein. Warum? Du hast zwölf Zahlen im Normalfall drauf oder du sagst, der Geist, der kommt um Mitternacht. Also da darfst du auch gerne die Liste nehmen, die wir haben. Du darfst sie aber auch gerne anpassen an dein Kind, so wie du glaubst, dass es gut funktioniert. Jetzt gibt es dann ein Zahlenverständnis, hoffentlich einmal bis 20 und das Kind erkennt alle Zahlen. Das ist einmal eine wichtige Grundbasis. Und bevor man dann auch zu den ersten Additionen kommt, ist etwas, was ich gemerkt habe, was manchen Kindern hilft, vor allem denen auch logisch, das zu verknüpfen mit Dingen, die im Alltag sind. Im Sinne von, schau mal, hier sind drei Tomaten. Das immer wieder auch erfragen, okay, schau mal, das ist diese Zahl drei. Und dann haben mich manche Kinder mal gefragt, ja warum, warum sieht die Zahl drei so aus, wie sie aussieht? Gute Frage, oder? Hast du dir schon mal überlegt, warum sieht die drei aus wie eine drei? Warum sieht die eins aus wie eine eins? Und warum steht bitte die sechs für eine sechs? Ich gebe dir mal eine andere Erklärung dazu, als du diese vielleicht kennst. Also wahrscheinlich kennst du gar keine dazu. Dazu darfst du dem Kind beibringen, was ein Winkel ist. Und das kannst du entweder hier mit Winkeln herzeigen oder du machst das im Raum, mit Ecken, wie auch immer du das möchtest. Da habe ich noch keine Methode gefunden, die immer bei jedem funktioniert, aber ich glaube, da findest du eine Lösung dazu. Und so wie mein mittlerer Bruder damals lustigerweise gesagt hat, ja gibt es denn auch einen linken Winkel, wenn es einen rechten Winkel gibt? Also es ist so schön, die kindliche Logik, an etwas herange. Ich finde es herrlich. Also, Null ist die Null, weil es gibt keine Winkel darin. Du siehst in der Null keine Winkel. Es ist alles rund, wir haben keinen Winkel. Eins, so aufpassen, dass der Wind, dass hier nicht wegweht. Was merkst du? Genau, eins hat hier einen Winkel. Also steht die Zahl dafür. Und jetzt muss man ein bisschen in die Zahlen gehen, wie man sie früher geschrieben hat. Wir haben das dann ein bisschen, es gibt ja auch x-Rechtschreibreformen, das Gleiche ist bei den Zahlen passiert. Die hat man dann immer wieder mal ein bisschen anders geschrieben. Aber ursprünglich war der Gedanke folgender. Die 2 hat eigentlich fast wie ein z-Z ausgesehen bei uns aktuell. Und man sieht, oh, wir haben hier zwei Winkel. Und somit steht das für die 2. Bei der 3, die war auch ein bisschen anders damals. Und zwar hat es so ausgesehen. Und dann sehen wir hier, okay, wir haben hier einen Winkel, wir haben hier einen und wir haben hier wiederum einen. Und deswegen ist das die Zahl 3. Dann geht es weiter mit der 4. Die hat man früher auch ein wenig anders gemalt. Und dann wirst du wieder merken, aha, wir haben hier einen, zwei, drei und hier den vierten. Und deswegen ist die Zahl 4 mit den vier Winkeln. Die 5 hat man auch ein bisschen anders gemacht früher. Das hat ein bisschen eckiger ausgesehen. Und wenn du jetzt hier überprüfst, merkst du, aha, wir haben hier einen Winkel, wir haben hier einen, wir haben hier einen und wir haben hier einen. Es ist aber nur vier. Die haben damals, wenn du in alte Bücher hinein siehst, hier noch so ein kleines Eck nach oben gemacht. Und schon hat es wieder gepasst. Und hier hätten wir den fünften. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das sind fünf Winkel. Das nächste wäre dann, der Wind, wäre dann die Zahl 6. Die hat man auch eckig gemacht damals. Da ist es wieder recht einfach. Wir haben hier einen Winkel, wir haben hier einen und hier haben wir noch einmal vier. Und wir sind bei der Zahl 6 und das passt schon wieder. So. Schön da bleiben. 7 hat man auch ein bisschen anders gemacht früher. Da hat man nämlich unten noch einen Strich dazu gemacht, damit man auch wieder hier aufs Richtige kommt. Und hier haben wir hier einen Winkel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und schon hat es wieder gepasst. Jetzt fehlen noch die 8 und die 9. Die 8 habe ich vorher schon ein bisschen erwähnt. Die hat ausgesehen eben wie so ein Stundenglas, wie so ein Sandglas. Also das waren im Endeffekt zwei, zwei so Dreiecke aufeinander. Und dann ist es auch wieder leicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Winkel. Und dann haben wir die 8 erklärt. Und die 9 hat auch ein bisschen anders ausgesehen. Und zwar war das so. Oben wie so ein kleines Rechteck. Und so hat das ausgesehen. Also die 9. Dann hatten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt denkt man, aha. 7. Das heißt, da fehlt wieder etwas. Und die haben dann wie bei der 5 da nochmal so einen kleinen Haken nach innen gemacht. Das heißt, wir hatten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da hatten wir den 8. Und dann hier den 9. So haben die das früher geschrieben. Und ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ich nehme mal ein Nein. Ich habe das Kindern gezeigt, die überhaupt keinen Bezug hatten mit, warum sehen die Zahlen so aus, wie sie aussehen. Und das war eine Begründung speziell für die Logiker, die einen Sinn gemacht hat. Und dass dann natürlich die 9 jetzt dann heute eher so aussieht und man das ein bisschen runter gemacht hat und ein bisschen abgeändert hat. Aber man erkennt die Ähnlichkeiten dann trotzdem noch. Und auch hier, wenn ich hinzuschreibe, die aktuelle 3, das kann man erkennen. Das hat alles immer noch genug Ähnlichkeit, dass es kein Problem darstellt. Also das ist wiederum auch ein kleines Hilfsmittel, wie man bei den Zahlen sich da leichter tut. Ja, ich glaube, das war es für die Basics. Also wie gesagt, hab selber Spaß an der Mathematik, sonst kannst du diesen Spaß und diese Begeisterung ja auch nicht gut weitergeben. Dann überleg dir, ist dein Kind eher auf der logischen Ebene, ist es eher auf der emotionalen Ebene, wie gehe ich an das Ganze heran? Ich empfehle immer mit dem Körper zu beginnen, es wirklich auch aufzumalen, Stück für Stück. Und so an die Zahlen mit etwas heranzuführen, wie zum Beispiel die Bilder, die ich vorher erklärt habe oder mit Gegenständen im Alltag, die für das Kind klar für diese Zahl stehen. Und dann auch die Erklärung dazu zu geben, vor allem bei den ersten Zahlen, also 0 bis 9, warum sehen die denn überhaupt so aus? Im nächsten Schritt dann das bis 20 zu erweitern mit den 10 und da auch dann wiederum die Bilder bis 20 auch gleich zu erweitern und wenn dir was Gutes einfällt im Alltag zur 15 oder zur 12, wie die Uhr, da auch gleich wieder direkte reale Verknüpfungen zu geben. Ich denke, das ist eine gute Basis für die ersten Zahlen. In den nächsten Videos sehen wir jetzt dann uns an, wie wir damit addieren, subtrahieren, die ersten Multiplikationen durchführen und dann die restlichen Zahlen, wie wir die bis 100 am besten angehen.